Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. BTN Goes Live, wechselnde Moderationspaare sind live am Sette Haupt-WG. Mit einem verkleinerten Team, unter Wahrung des gebotenen Infektionsschutzes und als Signal des Zusammenhalts an eine der größten Fan-Communities in Deutschland führen wechselnde Darsteller durch die 10-minütige Live-Sendung. Den Moderationsauftakt machen Laura Mark, Paula und Manuel Denigö, Rick. Das Duo begrüßt andere Darsteller wie Erschalter und lässt Zuschauer und Fans der beliebten Zot mit ihren Fragen zu Wort kommen. Danke, schönen Tag noch! Danke, schönen Tag! Danke, schönen Tag! Vielen Dank.